Ja Leute, hier muss ich nochmal ein Video machen zum Thema Ex-Veganer und wie verhindert man es, dass man zu einem Ex-Veganer wird, weil das bei uns auch aktuell der Fall war auf Discord. Deswegen wollte ich hier nochmal sagen, wie man verhindert, dass man zu einem Ex-Veganer wird. Der Punkt, der immer gemacht wird, dann auch von Ex-Veganern, das Allerschlimmste an Ex-Veganern, also der erste Punkt ist, es gibt sowas eigentlich gar nicht wie Ex-Veganer. Jeder, der den Veganismus aufgibt, war niemals Veganer, weil es ist eine Ethik-Sache, die kannst du ja nicht ändern. Du kannst nicht sagen, oh jetzt ist es doch wieder okay, die Tiere umzubringen und das Massakern den Tieren anzurichten. Die einzige Möglichkeit, wie jemand Veganismus aufgibt, ist, wenn jemand Veganismus aus Jux und Tollerei gemacht hat, weil es ein Trend ist oder weil es cool ist oder sowas. Also es gibt keine Ex-Veganer, es gibt nur Menschen, die sich entweder vegan ernähren und das natürlich immer machen und es keine Alternative gibt oder Menschen, die einem etwas vormachen. Das ist das Einzige, was es gibt. Und deswegen hier nochmal ganz, ganz wichtig, das Schlimmste auch bei Ex-Veganern ist, das sehe ich tatsächlich auch immer wieder und wir hatten jetzt das Paradebeispiel auf Discord auch, dass Ex-Veganer dann, wenn die den Veganismus aufgeben, kommen die mit den, ihr kennt das von John Venus auch zum Beispiel, auch wenn die allergrößten Ex-Veganer, die wir hatten in den letzten Monaten, sage ich mal, wir kennen das von John Venus auch und hier von den Ex-Veganern, die mir jetzt so aufgefallen sind, die kommen, nachdem die den Veganismus aufgegeben haben, mit eins zu eins denselben Argumenten, die sie vorher bekämpft haben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die kommen mit an, mit die Ex-Veganer, die vorher Veganismus gepredigt haben, die kommen an mit, ja, aber Tiere oder Löwen essen auch Fleisch, ja, aber ich denke, Tierprodukte sind gesund, ja, hat mein Arzt gesagt, steht auf Google, deswegen ist es gesund, ne, Menschen und Tiere ist was völlig anderes, also deswegen darf man Tiere töten, aber Menschen nicht. Eins zu eins, die Omni-Argumente, das Schlechteste vom Schlechtesten, ne, Value-Null-Argumente, aber es schmeckt mir so gut, ne, ich kann nicht drauf verzichten, es schmeckt mir so gut, ne, also eins zu eins, wo sie vorher dagegen gekämpft haben, ne, bringen die ganz genau diese Argumente, es ist wie, ne, wie ein anderer Mensch, Mensch ausgetauscht einfach nur. Also, und das ist das Allerlächerlichste überhaupt und das ist so mega traurig, aber ja, hier, worauf ich hinaus wollte. Wenn man als, und der Hauptgrund eigentlich für dieses Video ist, ne, dass man danach, als wenn man den Veganismus aufgeben hat, hat man mehr Energie, äh, sagen die, ne, man hat mehr Energie, man fühlt sich besser, man, ne, wie ein anderer Mensch, ne, weil man tatsächlich ein anderer Mensch ist, weil man auf einmal genau denselben Mumpitz erzählt, gegen den man vorher gekämpft hat, aber, ne, man nimmt irgendwie zu, auch, ne, so einen Effekt, man ist nicht mehr müde, nicht mehr schlapp, ne, diese ganzen Sachen sind weg, man fühlt sich so viel besser. Well, wir wissen alle, woran das liegt, ne, also wir Veganer wissen alle, woran das liegt, das liegt einfach daran, dass, äh, vor allem, wenn es eine Frau ist, vor allem, wenn die Frau schlank war, ne, oder viel zu schlank war, ne, schon außer, als wäre sie magersüchtig, ne, so, so Streichholz, äh, Oberschenkel und so, und dann den Veganismus aufgibt, ne, und, äh, Sachen isst, die extrem viele Kalorien haben, konzentrierte Kalorien, ja, äh, erwacht die Person zum zweiten Leben, ne, wie neu geboren, ah, ne, kennt ihr das, na, das liegt einfach daran, weil die Person vorher, äh, Salat gegessen hat und Gemüse, ne, ne, deswegen habe ich, äh, schon damals von vor Jahren ein Video gemacht, ne, ein Anti-Gemüse-Video, weil Gemüse dafür sorgt, dass Menschen den Veganismus aufgeben, ne, vor allem bei Frauen ist das so, ne, ne, wenn die, äh, auf ihre Figur achten wollen und nur schlank, schlank, schlank nur abnehmen, nur darum geht es bei denen, ne, oder auch skinny fett werden, das heißt, sie essen, äh, zum Beispiel zum Frühstück einen veganen Döner und zum Abendessen vegane Pizza, ja, also mit Mayo drauf und sowas, ne, so richtig, äh, räudiges Zeug, so mega fettige Sachen oder vegane Schnitzel zum Frühstück und, äh, irgendwas, äh, veganer Burger, richtig, äh, hier, äh, Beyond Meat, ne, wo das wirklich das Fett rausquillt, wo sich bei mir der Magen umgedreht hat, ne, sowas essen die dann, also mega räudig, was auch viele Kalorien hat, aber die essen dann so wenig davon, ne, dass, äh, sie trotzdem irgendwo bei tausend Kalorien rauskommen, ne, das ist ganz genau der Punkt, auf den ich hier hinaus wollte, ne, der so, ne, wichtig ist. Der Grund, warum man Veganismus aufgibt und sich danach so unfassbar viel besser fühlt, nachdem man anfängt Eier zu essen, so der Eier der absolute Klassiker, ne, konzentrierte Kalorien sind das, dann besteht halt so 66 Prozent aus Fett, äh, und, äh, vorher hat man halt irgendwas gegessen, was, äh, sehr wenig Kalorien hat, äh, das allermeiste pflanzliche hat sehr, sehr wenig Kalorien, äh, alles Tierische hat sehr, sehr viele Kalorien und dann passiert einfach Folgendes, ne, man isst viel Gemüse, man versucht, ähm, auf eine gesunde Ernährung zu achten, ne, man trinkt viel Wasser zum Beispiel, um den Magen zu dehnen, fällt, äh, rein auf irgendwelche Fitness-YouTuberinnen und sowas, die einem erzählen, wie man sich ernähren soll, die ganzen Tricks gegen den Hunger, ne, mit Freunden telefonieren, vor dem ersten Liter Wasser trinken, äh, auf andere Gedanken kommen, Sport machen, den Hunger unterdrücken, was auch immer, ne, diesen unfassbar krankmachenden Schrott, den euch hier Fitness-YouTuber erzählen, sich mit Salat vollstopfen, Sachen essen, die keine Kalorien haben, ne, so, alle solche Sachen, ne, also das hundertprozentige Gegenteil von dem, was man machen sollte, natürlich, äh, der Klassiker und von daher, was passiert dann? Dann passiert Folgendes, also wir machen mal so eine Ernährung durch, ne, du fängst den Tag an, isst vielleicht eine Banane, zwei große Gläser Wasser oder einen halben Liter oder Liter Wasser, dann zum Mittagessen isst du, ja, eine große, eine ganze Salatschüssel, natürlich ölfrei, ne, machst dir dein eigenes Dressing aus Balsamico esse ich zum Beispiel mit Mais und alles, ne, mega lecker, so isst du das dann auf und wieder irgendwie ein Liter Wasser und abends isst du dann irgendwie einen großen Obstsalat zum Beispiel oder sowas, okay, und dann trinkst wieder viel, um wieder deinen Magen zu dehnen und, äh, am Ende kommt raus, äh, das, was du gegessen hast, diese drei Mahlzeiten am Tag, äh, du hast, äh, du bist nicht auf 1000 Kalorien gekommen und dann passiert nämlich Folgendes, dann das, äh, was sich so kaputt macht hauptsächlich ist, dass deine, dein Hormonhaushalt flöten geht, ne, dein Hormonhaushalt geht flöten, deine Schilddrüsenhormone gehen flöten, deine Schilddrüse, ne, wird inaktiver, die wird langsamer, ne, kennt man, Schilddrüsenunterfunktion, äh, die, du hast natürlich Jodmangel, ganz klar, Jod, ne, Jod ist ein Problemkind, absolut wegen den jodarmen Böden und dann noch Kalorienrestriktion, ne, das, äh, äh, das, was dafür sorgt, dass du ausreichend Jod zu dir nimmst, ist, dass du ausreichend Kalorien isst, ne, und vielleicht irgendwas Jodhaltiges mit Salz, Jodsalz, also natürliches, ne, Jodsalz, nicht das künstliche, oder auch, äh, Noriblätter ab und zu ist, ne, irgendwie eine, äh, Jodquelle in der Ernährung, die ein bisschen mehr Jod hat, aber hauptsächlich, ne, kommt das davon, dass du keine Kalorienrestriktion machst, weil, ein bisschen Jod ist fast überall drin und deswegen, äh, ne, fährt deine Schilddrüse runter, dein Hormonhaushalt geht kaputt, ne, dir fallen, fangen an, die Haare auszufallen, zum Beispiel, ne, du fühlst dich müde, schlapp, schwach, ne, den ganzen Tag über oder oft am Tag oder du magerst ab, zum Beispiel, auch so ein Klassiker, ne, und dann, wenn du deine Ernährung mit deinen 800 Kalorien am Tag gemacht hast, ne, und du verbrennst 1800 am Tag, isst aber nur 800, und das machst du mal ein paar Jahre zum Beispiel, ne, und deine Schilddrüse ist kaputt, dein Hormonhaushalt ist absolut im Eimer, weil dem Körper einfach die Kalorien fehlen, um richtig arbeiten zu können, dann geht man hin und isst zum Beispiel Eier, ja, oder eine Pizza, ja, schön mit Käse drauf, eine Pizza Margherita zum Beispiel, ne, und hat schon vorher gegessen und, ähm, isst zum Beispiel diese Pizza und dann isst man vielleicht noch irgendwie abends Lachs oder sowas, ne, und isst diese ganzen Ultra High Calorie Foods, ne, und hat auf einmal 2000 Kalorien zu sich genommen an dem Tag, nur am nächsten Tag, oh, ich hab den Veganismus aufgegeben, fangen wir an mit Eiern und sowas, ne, essen wir mal ein paar Eier, oh, lecker, lecker, ne, diese Hühnermenstruation, oh, lecker, lecker, so, und dann hast du am zweiten Tag wieder 2000 Kalorien, ne, und du fühlst dich wie ein neuer Mensch, ne, du wirst wie wiedergeboren, oh, ich hab Energie auf einmal, wow, ich kann Sachen machen, oh, das war gar nicht hier, das waren gar nicht Kohlenhydrate oder sowas, was mir Kalorien gegeben hat, äh, was mir Power gegeben hat, das waren hier die Tierprodukte, weil der Körper läuft mal auch auf Fett, ne, vor allem je niedriger die Intensität ist, zum Beispiel, jetzt verbrenne ich Fett, ne, weil ich nichts mache, so gut wie nichts, okay, mein Hirn macht jetzt wahrscheinlich am allermeisten, aber, äh, jetzt auf einmal kriegst du Kalorien rein, und zwar erheblich mehr als vorher, ne, und das gibt dir so einen Leistungsschub, weil dein Hormonhaushalt kommt in Ordnung, dein Hormonhaushalt kriegt endlich Kalorien, womit es arbeiten kann, ja, du hattest natürlich allerlei Nährstoffmängel, die man sich vorstellen kann, weil Kalorienrestriktionen, Kalorienrestriktionen, hättest du die nicht gemacht, hättest du auch keinen Nährstoffmängel gehabt, ne, aber natürlich, wenn du 1800 verbrennst und 800 isst, hast du natürlich einen Mangel an so ziemlich allem, was man, an was man einen Mangel haben kann, ist klar, ne, liegt an der Kalorienrestriktion, und deswegen, du kannst es einfach so vorstellen, dass dein Körper verbrennt, ganz genau 1800, äh, Kalorien an Nährstoffen, ja, an Vitaminen, an Mineralstoffen, die verbrennt er, ja, und du nimmst nur 800 Kalorien, Nährstoffe auf, also fehlt dir ja etwas, der verbrennt mehr, als du da hast, ne, und irgendwann natürlich, ne, irgendwann fängt er natürlich an zu kompensieren, ein ganz normaler Prozess beim Körper, und, äh, irgendwann kann er aber nicht mehr kompensieren, ja, und dann fängt das an mit Schilddrüsenproblemen, Müdigkeit, Schlappheit, Haarausfall, was auch immer, ne, sich mies fühlen, äh, vegan funktioniert bei mir nicht und sowas, ne, und dann am besten auch jahrelang so einen Unsinn machen, ne, und in irgendeinem, halt in dieser Welt leben, für die man vielleicht selber nichts kann, ne, weil man indoktriniert wurde das ganze Leben lang von Fitness-Youtubern und Menschen um dich herum, ja, ist das, was die wenigsten Kalorien hat, ne, meidet die ganzen kalorienreichen Sachen, und Kohlenhydrate vor allem, ne, ganz, ganz klar, die machen einen so fett, wie man an den ganzen High-Carb-Veganern sieht, ne, das, äh, Paradebeispiel, ne, die, die meisten Kohlenhydrate essen, sind am schlankesten von allen, ne, ist schon ein Wunderwerk, ne, und auf jeden Fall, das ist halt der Punkt, ne, auf einmal kommen Kalorien in den Körper, und das ist, das gilt für jeden, egal welchen, ob ich mir die Person angucke, die Veganismus aufgegeben hat auf Discord, ob ich mir angucke, die, äh, John Wienes, die, die ganzen Frauen, die Veganismus aufgegeben haben, ne, diese beim Tierprodukt der Essen erwischt wurden und gesagt haben, ah ja, jetzt, jetzt gebe ich endgültig Veganismus auf, oder haben Veganismus aufgegeben, indem die ein Video gemacht haben, warum ich nicht mehr vegan bin, zum Beispiel, und danach sagen die immer, wie die sich viel besser fühlen, und ihr Darm funktioniert auch besser und sowas, ja, dein Darm funktioniert besser, weil du mehr Kalorien zu dir nimmst, ne, wenn du wenig Kalorien zu dir nimmst, will dein Körper nichts loswerden, dann kriegst du zum Beispiel harten, harten Stuhlgang, ne, oder hast nur jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag Stuhlgang, weil dein Körper festhält an dem, der kriegt ja nichts, ne, deswegen muss er da dann festhalten, und von daher, ne, unglaublich, wie sich dann auf einmal alles verbessert, ne, das verbessert sich, dass sich alles verbessert, hat nichts mit Tierprodukten zu tun, es hat nur mit den Kalorien zu tun, ne, deswegen hier mein Tipp nochmal, ich verlinke euch hier unten natürlich das Video, wo ich ein Einkauf, ein Ex-Veganer-Einkauf gezeigt habe, was man kaufen sollte, bevor man Ex-Veganer wird, ne, aber normalerweise natürlich, wenn man ein richtiger Veganer ist, ne, weißt du, dass es keine Option gibt, du hast keine Wahl, ne, als hättest du irgendeine Auswahl, ne, aber gehen wir jetzt mal davon aus, du hast eine Auswahl, ne, was keinen Sinn ergibt, ne, deswegen hier ein Tipp von mir, jeder, der damit strauchelt, irgendwie mit dem Veganismus müde ist, dass, äh, vor allem an Frauen natürlich irgendwie diese Kalorienrestriktionen macht, ne, mega dünn ist, ne, BMI 15, 16, 17, 18, ja, 19 vielleicht, da für eine Frau auch 19 zu wenig, ja, mal darauf achtet, ähm, mit den Kalorien hochzugehen, da einfach mal folgendes versuchen, ne, und gucken, wie ihr euch fühlt, startet den Tag mal mit Keksen, ja, geht zu Lidl oder wo auch immer, da DM irgendwo, ich glaube, es gibt in jedem Supermarkt mittlerweile vegane Kekse, mit, äh, also die ganz normalen, ich glaube, Rewe- und Edeka-Kekse einfach mit Zartbitterschokolade, ne, die sind ja hoffentlich vegan, und, äh, weil Zartbitter ist vegan, aber muss man halt ganz genau nachgucken, ob das in den Zutaten so steht, muss nicht unbedingt einen Stempel haben, einfach in die Zutaten gucken, und auf jeden Fall fängst du den Tag einfach an mit einer Packung Kekse, ne, isst du eine Packung Kekse, dazu irgendwie zwei Gläser, äh, entweder Saft oder, äh, Pflanzenmilch, so startest du mal in den Tag, oh, super lecker, ne, davon kann man so viel essen, weil es so lecker ist, ja, isst doch mal, ja, isst doch mal eine Packung, ne, und danach hast du Mittagessen, dann isst du halt dein Mittagessen und achtest darauf, dass du das isst, was die meisten Kalorien hat, ne, und vor allem für dich ist es völlig egal, ne, also mach nicht High-Carb-Low-Fett, sondern mach High-Calorie-Diet, ne, also du achtest nicht darauf, etwas zu essen, was wenig Fett hat oder sowas ist, was du willst, ne, kannst du dein Reisküri machen mit, äh, Kokos, in Kokosmilch, äh, zum Beispiel, ja, so, damit das richtig dickflüssig und fettig ist, und danach haust du dir mal Mr. Tom rein, Mr. Tom gibt es in jedem Supermarkt, ist mega günstig auch noch, ich werde euch hier einen Link reinstellen, könnt ihr im Großpack auf Amazon bestellen, ja, mega günstig, und dann gebt ihr euch mal einfach so einen Riegel, ja, der hat verdammt viele Kalorien, ein Riegel hat so 220 Kalorien etwa, dann gibst du dir einfach mal so einen Riegel nach dem Essen, ja, nach jeder Mahlzeit gibst du dir einfach mal so einen Riegel rein, die sind super lecker, unfassbar lecker, ich kaufe die selber und esse die selber natürlich, und, äh, nach dem Abendessen gibst du dir nochmal so einen Riegel, ja, und trinkst auch, ähm, Saft oder sowas, oder Pflanzenmilch, ne, weil die Kalorien haben besser als Wasser, ne, und dann machst du das mal ein paar Tage, und dann guckst du dich, wie du dich fühlst, wenn du einfach mal auf einmal doppelt so viele Kalorien zu dir nimmst, ne, weil dann wirst du exakt denselben Effekt haben, du wirst genau denselben Effekt haben, weil du auf einmal, aber das ist halt so eine Kopfsache, ne, wer schon, äh, 800 Kalorien am Tag isst, ne, der wird so eine Ernährung leider nicht machen, und wird dann scheitern, ne, aber, wenn man ein starker Charakter ist, dann mach das einfach mal, probier einfach mal aus, ne, vor allem wenn du Angst hast, vom Veganismus abzufallen, versuch es einfach mal, mach einfach mal eine High-Calorie-Diet, ne, und, ja, wenn du Angst hast vor Bauchfett, oder, was auch immer, ne, dann, ja, wirst du scheitern, ne, du wirst einfach den Veganismus irgendwann aufgeben, weil du, also, ne, falls du selbst schon damit kämpfst, und dir überlegst, ach, vielleicht, ne, ich fühle mich irgendwie nicht so gut, vegane Ernährung, das liegt daran, weil du Kalorienrestriktionen machst, mach mal eine High-Calorie-Diet, und dann wirst du denselben Effekt haben, und du wirst dich genauso super fühlen, ne, weil auf einmal diese Unmengen an Kalorien reinkommen, und das ist praktisch egal, in welcher Form die reinkommen, natürlich würde ich jetzt nicht empfehlen, Öl zu dir zu nehmen, ne, ist einfach zu ungesund, das ist ja wenigstens noch ganze Nüsse oder sowas, oder Pflanzenmilch, oder, ja, Kekse ist natürlich auch, ja, eine ziemlich ungesunde Sache, aber, finde ich immer noch besser, als Öle zu sich zu nehmen, weil Öl hat natürlich die meisten Kalorien, die man sich überhaupt noch vorstellen kann, wenn du da, nach jeder Mahlzeit irgendwie so einen Shot Olivenöl oder sowas zu dir nehmen würdest, und dann wirst du natürlich deine Kalorien durch die Decke drücken, aber ich sehe hier auch, es gibt andere, Mr. Tom, boah, der sieht aber lecker aus, ey, oh mein Gott, der ist wahrscheinlich nicht vegan, ähm, und auf jeden Fall kann ich das nur jedem ans Herz legen, ne, vielleicht werden die Leute das aber natürlich, wahrscheinlich werden die Leute das leider nicht machen, aber vielleicht hat ja jemand wirklich den Mumm dazu, das mal auszuprobieren, oder steht wirklich kurz davor, den Veganismus aufzugeben, versuch mal eine High-Calorie-Diet, wenigstens für ein paar Tage, ja, und dann guck mal, wie du dich fühlst, wenn endlich mal dein Körper auf einmal Kalorien reinkriegt, ne, das ist den Tipp, den ich allen, äh, Veganern geben kann, die tatsächlich im Kopf haben, das aufzugeben, oder sich schlecht fühlen, oder sowas, iss mal Kalorien, ja, iss mal Kalorien, und dann guck mal, wie du dich fühlst, es sind die Kalorien, es sind die zu wenig Kalorien, die dich so hängen lassen, okay, deswegen einfach mal ausprobieren, mehr Energie zu sich zu nehmen, na, Energie im Sinne von Kilokalorien, ja, diese Energie meine ich, nicht Energie im Sinne von, von Power, im Sinne von Kohlenhydrate, sondern, ne, wenn das mit Kohlenhydraten nicht funktioniert, dann, musst du halt das, äh, einbauen, was, äh, Fett liefert, äh, und dann guckst du mal, wie du dich fühlst, weil niemals vergessen, ja, Kohlenhydrate, du kannst nicht, auch bei Tierprodukten, wenn du dann sagst, irgendwie, du hast mehr Energie, oder Kohlenhydrate sind in Pflanzen, niemals vergessen, ja, also wenn du von Tierprodukten auf einmal Energie kriegst, dann musst du genauso Energie kriegen von, äh, Fett, ne, so pflanzlichem Fett, also Nüssen und sowas, obwohl die auch natürlich viele, äh, Kohlenhydrate haben, aber auch von Keksen und sowas, aber diese, sind ja auch Zucker, Zuckermischmasch, Zuckerfett mit Mischmasch, ja, die Kohlenhydrate kriegst natürlich niemals raus, ja, vegane Ernährung, aber trotzdem, versuch das mal, ja, versuch das mal, ne High-Calorie-Diet und dann, ja, Hauptsache, du bleibst Veganer.